Im Juni 2016 wird es einige neue Emojis geben und wir werfen in diesem Video schon mal einen Blick darauf. Doch vorher ein kurzer Hinweis und zwar habe ich einen neuen YouTube-Kanal, wo ich Emoji-Videos rein stelle. Wenn euch das interessiert, schaut gerne mal vorbei. Verlinkung findet ihr in der Infokarte und unter dem Video in der Beschreibung. Nun zu den neuen Emojis, hier sind sie, das Selfie Emoji, das Lügengesicht, der Fuchs, der Tänzer, das niesende Gesicht, ein Mann im Smoking, Fledermaus Emoji, eine Faust, Ringkämpfer, ein Hai Emoji, Gesicht mit Cowboyhut, Fingers crossed, zu deutsch Daumendrücken, ein Schmetterling Emoji, auf das schon viele warten, das Facepalm Emoji, ein Clown, eine schwangere Frau, ein Prinz, eine achselzuckende Frau, Anstoßen, ein Motorroller, ein Einkaufswagen, ein Emoji, das sich vor Lachen auf dem Boden kugelt, ein Gorilla, Hände schütteln und noch einige mehr, wie ihr hier sehen könnt.